ja hallo zu inside politics heute aus einer ganz berühmten stadt nämlich brüssel und der mann gegenüber von mir ist ein gewisser herr dr ottmar karas seines zeichens eu-abgeordneter und vorsitzender der övp-delegation in brüssel meine erste frage an sie wer ist ottmar karas zum ersten einmal einen schönen guten tag willkommen im europäischen parlament danke ottmar karas das haben sie schon gesagt das ist ein mitglied des europäischen parlaments das ist die bürgerkammer europas das ist das transparenteste parlament europas und das ist ein begeisterter österreicher und ein überzeugter europäer ein überzeugter europäer das ist ein stichwort ich habe sie letztes jahr ein paar mal gesehen einerseits im neumarkt am europa forum und andererseits auch bei der eu-ratspräsidentschaft übergau in schladming wie wichtig ist für sie europa immerhin sind sie wenn ich mir jetzt auch nicht irre gerade der längst dienendste österreichische abgeordnete im europa moment bin ich der längst dienendste das ist der paul rübig aus oberösterreich aus welz der aber leider jetzt nicht mehr kandidiert im gegensatz zu mir so dass ich der kandidat bin für die europa parlamentswahl der am meisten erfahrung sammeln konnte und in den meisten dossiers involviert war im europäischen parlament für mich ist europa einmal kein widerspruch zu österreich österreich und europa bedingen einander und ich bin felsenfest davon überzeugt dass die zukunft österreichs der erfolg österreichs eng mit einem starken europäischen union verbind in verbindung steht wir nehmen nur her aufgrund unserer geopolitischen lage unserer geografischen lage unserer geschichte unserer kultur aber auch unserer exportabhängigkeit mehr als 60 prozent unseres wohlstands unserer arbeitsplätze erwirtschaften wir außerhalb österreichs aber innerhalb der europäischen union aus dem grund ist für mich sind wir europa und ergänzen sich österreich und die europäische union für mich ist aber die idee europa mehr und die idee europa heißt rücksicht nehmen aufeinander verständnis füreinander zu erzeugen einander kennenlernen wollen um miteinander gemeinsame herausforderungen und gemeinsame probleme bewältigen zu können und die herausforderungen unserer zeit und der zukunft haben immer weniger eine nationale grenze wenn ich an die digitalisierung denke an den klimawandel denke an den umweltschutz denke an die migrationsbewegungen an die flüchtlingsströme an den terrorismus an an die naturkatastrophen an die globalisierung das sind alles fragen die heute kein staat alleine bewältigen kann sondern die wir nur durch ein stärkeres miteinander und die bereitschaft zur zusammenarbeit meistern werden das heißt auch dass sie für eine stärkere europäische integration sind das haben sie heute auch schon mal angesprochen was wäre für ihnen lieber die republik europa oder die vereinigten staaten von europa mir geht es nicht um begriffe sondern europa und das spüren wir doch alle bedeutet vielfalt es geht nicht um vereinheitlichung es geht mir nie um zentralisierung es geht um die frage macht in den großen fragen jeder was er will und schwächt sich daher oder machen wir es gemeinsam es geht mir darum dass wir die zusammenarbeit intensivieren in den großen fragen aber nicht in allen fragen muss das sein große fragen sind für mich der außen grenzschutz ist für mich der klimawandel ist die digitalisierung ist der umweltschutz ist die afrika politik investitionen die rolle europas in der welt das sind die großen fragen und wenn wir hier nicht mehr zusammenarbeiten werden wir zum spielball der trumps und der putins und der chinesen und werden gegeneinander ausgespielt und damit geschwächt das heißt zusammenarbeit in europa dort wo wir zusammen stärker sind die suche nach dem miteinander dort wo die rücksichtnahme aufeinander eine stärkung der europäischen union bedeutet und eigenverantwortung der staaten der gemeinden der regionen dort wo wir die fragen selber meistern können aber die staaten europas sollten sich stärker vereinen bei allen fragen wo es um die rolle des kontinents in der welt geht also das heißt schon aber dass die nationale identität weiterhin erhalten bleiben soll mir selbstverständlich wenn wir den menschen die identitäten nehmen die persönliche die regionale die kulturelle nehmen wollten dann schaffen wir nie ein gedeihliches zusammenleben dann schaffen wir nie ein miteinander sondern worum es mir nur geht ist die nationale die regionale identität nicht gegen die europäische identität auszuspielen wir sind teil dieser gemeinschaft und nehmen wir nur wieder das thema klimaschutz her wenn man alleine den klimawandel nicht bewältigen kann ist man dann souverän so daher schützt man auch seine souveränität in der gemeinsamkeit in der mitarbeit mit den anderen pflegen kann weil ich selbst meine souveränität nicht zur lösung eines problemes ausüben kann weil ich ohnmächtig bin weil ich alleine zu schwach bin weil die frage keine nationale grenze kennt dann bin ich auch souveräner wenn ich ein bündnis mit anderen habe die zusammenarbeit mit anderen pflegen kann um gemeinsam die herausforderung anzunehmen es geht nie um die frage europa europa oder österreich es geht immerhin die frage macht jeder was er will alleine und kann unter umständen nicht handeln oder machen wir es gemeinsam und können miteinander handeln weil wenn sie schon den klimawandel ansprechen ich habe jetzt die genauen zahlen nicht im kopf es geht um dinge wie zum beispiel die zehn meist verschmutzten flüsse der welt wo eben kunststoff dann ins meer getragen wird die sind überall aber nicht in europa die sind in asien und die sind in afrika gleichzeitig hat man entwicklungen wie zum beispiel china mit seiner kohle als auch atom strom produktion wo europa auf den gesamtwelt beitrag sage ich jetzt einmal eigentlich kaum mehr anwendbar ist weil europa hier keine rolle spielt signifikant sowohl bei der bevölkerung als auch bei den ausstößen also bringt es doch weniger wenn wir in europa mehr oder weniger alles weg regulieren wenn sich andere staaten oder staatenbünde nicht daran halten weil am ende leben wir doch alle auf einem planeten und nicht auf fünf verschiedenen erben ist es wirklich verantwortungsvoll weil man immer nach dem prinzip lebt weil wenn ein anderer das noch nicht so macht wie ich es gerne hätte brauche ich nichts zu tun das ist wenn man so leben dann übernehmen wir für den planeten zu wenig eigenverantwortung ja wir haben ein globales problem aber wir haben auch ein problem innerhalb der europäischen neuen denken sie nur an die kohlekraftwerke denken sie nur an den co2 ausstoß in vielen ballungsräumen denken sie daran dass wir uns ja selbst das ziel setzen 100 prozent erneuerbare energie zu haben denken sie an unsere abhängigkeit vom öl aus den opeg staaten asien aus krisengebieten und gas aus russland das geht so eben ein europäisches land nämlich die krim besetzt hält und krieg führt in der ost ukraine und in der süd ukraine das heißt ich glaube dass europa mithelfen kann dass die anderen auch in die lage versetzt werden etwas für den umweltschutz verstärkt tun zu müssen und tun zu können indem wir wie beim pariser klima abkommen gemeinsame globale ziele festlegen und wie in der europäischen union wir versuchen eine koordinierte energiepolitik zu machen den co2 ausstoß zu reduzieren die erneuerbare energie zu erhöhen und den energieverbrauch als ganzen zu reduzieren das ist ein ganz entscheidender punkt und ich meine wir könnten technologieführer werden in der welt in den fragen klimaschutz und umweltschutz in der forschung und damit auch produkte entwickeln die anderen helfen energie sparender sein tägliches leben zu gestalten und wo wäre da die europäische durchsetzungskraft also wo könnte da europa sagen genesen stoppt damit ihr müsst euch auch an gemeinsame weltweite klimazierungen zum beispiel durch globale klimaschutz abkommen die es gibt wir haben wesentlich dazu beigetragen zum pariser klimaschutz abkommen oder zum beispiel durch forschung und entwicklung im bereich des klimaschutzes und im bereich der energieeinsparung wo wir produkte entwickeln die auf dem weltmarkt exportieren kosten senken im energieverbrauch und hier einen beitrag leisten dass alle von uns auch lernen können und wir export artikel in der welt haben um die gemeinsamen ziele zu verwirklichen ich verstehe so wie im vorgespräch angesprochen möchte ich jetzt aber zu reddit austria kommen weil die kollegen haben mir also die user dort haben mir heute ein paar fragen mitgegeben ins gepäck für sie und das ist jetzt sozusagen ask me anything also eine ama wo alle möglichen fragen an sie gestellt werden sind nicht zu viele die erste ist wie ist ihre haltung zu den geplanten einschreckungen in der freiheit des internets und was planen sie um diese freiheiten für die bürger zu erhalten also da geht es wahrscheinlich um artikel 13 ja also wir haben heute in der delegation der övp ausführlich darüber diskutiert weil auf der einen seite es natürlich notwendig ist dass wir die urheberrechte schützen die urheberrechte sind heute mehr geschützt im print bereich die kreative wirtschaft ist mehr geschützt außerhalb des netzes im netz es ist daher legitim dass musiker künstler schriftsteller dass alle alle eigentümer von kreativität auch im netz geschützt werden wollen und etwas dafür bekommen wollen wenn man es nützt und gebraucht das andere ist die frage der userinnen und user im netz youtube große plattformen hier geht es darum die freiheit zu erhalten aber gleichzeitig auch diese freiheit dieser freiheit dort grenzen zu setzen verantwortung zu übernehmen wo die wo die eigentumsrechte anderer betroffen sind da sage ich ihnen ich bin über den artikel 11 mäßig und über den artikel 13 im urheberrecht nicht zufrieden das sind die achilles fersen im urheberrecht wir sind aber am ende eines verhandlungsprozesses es geht jetzt nur darum schaffen wir ein urheberrecht oder haben wir kein neues urheberrecht diese fragen user und provider müssen wir weiterentwickeln wie wir uns am ende bei der abstimmung ende märz verhalten werden wir nächste woche in einer klausur festlegen aber ich bitte um verständnis dafür dass urheberrecht auf der einen seite geschützt werden muss im online und im digitalen zeitlang genauso wie im print bereich dass wir aber auf der anderen seite natürlich auch die user in ihrer freiheit schützen müssen aber dass diese freiheit nicht zulasten der eigentümer und der urheber gehen darf und diese nahtstelle freiheit und verantwortung dieser diskussion stellen wir uns soeben in der politik und versuchen eine lösung zu finden ich habe dazu die webseite fingiverse auch abgerufen weil da hat sich jetzt etwas ergeben fingiverse ist eine webseite auf der 3d druckpläne von sei es jetzt star trek star wars batman verschiedensten durchaus geschützten copyrights da sind das heißt man kann sich wenn man möchte ein modell von einem auto genauso dort ausdrucken wie teilweise ausgelaufene patente ein schweizer unwerk aus kunststoff ihr habt sogar ein 3d getrugter zu hause sind solche plattformen wo ja natürlich eine kreativität entsteht weil da überlegen sich junge leute oft einmal die dann vielleicht im ingenieurstudium anfangen sie sehen etwas im fernsehen sie bauen das nach und machen hier sozusagen das was die amerikaner als bootleg bezeichnen sind solche plattformen genauso betroffen und wird hier sozusagen der kreativität durch den artikel 13 nicht ein riesel vorgeschoben der punkt ist das sind ja die erzeuger das sind ja die producer die große frage ist was das sind eigentlich die kopierer der producer wenn man ehrlich ist und daher genau sie zeigen ein beispiel auf wo man genau aufpassen muss und es geht hier darum auch klarer zu definieren wer betroffen ist weil derzeit wird zum beispiel dem privaten gebrauch ein persilschein gegeben und das heißt es geht nur um den businessbereich wo ist die trennung auf der anderen seite haben wir steht drinnen dass die satire nicht betroffen ist aber anderes betroffen ist wo beginnt satire wo endet satire derzeit sagen viele es ist die frage dass die kleinen nicht betroffen sind nur die großen wo ist die grenze zwischen klein und groß das sind alles fragen die zu wenig klar definiert sind aber sie zeigen natürlich mit diesem beispiel auf dass auf der einen seite kopiert wird auf der anderen seite mit der kopie kopie schon geschäft gemacht werden kann würde ich jetzt so nicht sagen sie haben es so vereinfacht nicht sagen aber der spannungsfeld haben sie ja richtig aufgezeigt und dieses spannungsfeld diesem spannungsfeld muss sich die politik stellen weil sonst die nahtstelle zwischen verantwortung und missbrauch eine ist die immer zu lasten beider seiten geht und um diese debatte geht es ich habe jetzt die modelle nicht da aber ein geplanter gesprächspartner ist noch martin sonneborn die habe ich externe titanic ausgedruckt und wer will mich da jetzt sozusagen dann klagen wenn ich jemandem aus spaß eine titanic schenke die ich auf meinem 3d-drucker gedruckt habe also ich glaube man muss wirklich da die unterscheidungslinie ziehen man muss das ziehen und das thema ist auch nicht final bearbeitet definitiv nächster punkt was sind ihrer meinung nach die top 3 großen entscheidungen im sinne von abstimmungen nicht sachen wo es erst die planung beginnt bei der die eu in den nächsten jahren gefordert ist also die für die eu anstehen die fertigstellung einer europäischen migrationspolitik des migrationspakts die fertigstellung des asylpaketes die stärkere gemeinsame außensicherheits- und verteidigungspolitik und investitionspolitik und der klima- und umweltschutz das sind nur einige bereiche wenn sie es kurz haben wollen wir sind noch nicht fertig die lehren aus den migrationsströmen und flüchtlingsbewegungen zu ziehen ausreichend wir haben noch nicht alle lehren gezogen aus der finanzkrise und den sozialkrisen in vielen mitgliedsstaaten und wir stehen vor einer großen globalen herausforderung im bereich klima digitalisierung das sind wesentliche eckpunkte die wir in der europäischen union das sind große brocken verstärkt zum thema machen müssen und wo wir weitere schritte setzen sollten wie fühlt sich das an wenn man jahrelang anständige politik in europa macht und dann trotz eigener kandidatur eine konkurrentin aus der eigenen partei vorgesetzt bekommt ich weiß nicht wovon sie sprechen ich habe 2009 die wahl gewonnen und bin nummer eins der österreichischen volkspartei geworden ich habe 2014 die wahl gewonnen und war Spitzenkandidat und ich bin 2019 wieder Spitzenkandidat der österreichischen volkspartei und seit 2006 mit kurzer unterbrechung ihr delegationsleiter ich leite ein team und hoffe dass ich mit diesem team weiterhin erfolgreich österreich in einem starken europa vertreten kann und europa besser machen kann dazu gefragt, weil das bezog sich eindeutig auf Caroline Edtstaller wie wichtig ist es ihnen, dass ein Politiker unbestechlich bleibt sehr wichtig Korruptionsfreiheit, Unbestechlichkeit, Transparenz, Glaubwürdigkeit sind Voraussetzungen für Vertrauen und abschließend aus der AMA noch warum sind sie noch nicht aus der ÖVP ausgetreten wie ist die Ermöglichung der FPÖ als Koalitions- oder Regierungspartei mit christlichen Werten vereinbar? Die Koalition fußt auf einem gemeinsamen Regierungsprogramm sie war die einzig mögliche Zusammenarbeit um regierungsfähig in Österreich zu sein leider hat sich die SPÖ Koalitionsgesprächen verweigert und ging sich ÖVP und NEOS gemeinsam mit Grün nicht aus weil die Grünen ausgeschieden sind sodass die Regierungsfähigkeit statt Neuwahlen einen hohen Wert hat das Entscheidende ist das Regierungsprogramm mir hier ist die FPÖ eine sehr starke Auseinandersetzung weil sie hier ihr wahres Gesicht zeigt und in einer Fraktion sitzt mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen die ein anderes Bild von Europa haben als ich die eher nicht die Zusammenarbeit fördern sondern den Nationalismus und den Egoismus die die Europäische Union nicht weiterentwickeln wollen und besser machen wollen sondern spalten, schwächen und zerstören wollen diese Auseinandersetzung führe ich und für politische Debatten benötigen wir Menschen sind unterschiedlich haben auch unterschiedliche Meinungen dafür lebe ich aber das Gleiche ist auch in der Demokratie dass man Mehrheiten finden muss dass man sich durchsetzen können muss und ich wirke mit in Österreich Nummer eins zu werden und mich durchsetzen zu können und in Europa Nummer eins zu werden und Einfluss haben zu können Sie haben heute bezüglich der FPÖ auch Stellung genommen weil Barbara Kappel ist jetzt nicht mehr aufgestellt worden von dem Freiheitlichen für diesen Europa-Wahlkampf und Sie haben das damit begründet dass Sie bei den 20-Jahres-Feiern zum Euro am Ende beim Spielen der Europahymne aufgestanden ist während der Rest der Freiheitlichen Fraktion sitzen geblieben ist Es scheint mir ein Signal zu sein die einen die in Europa tätig sein wollen und sich zur Europäischen Union bekennen stehen auf und die anderen bleiben sitzen die einen arbeiten mit trotz unterschiedlicher Meinungen und die anderen schimpfen das ist nicht mein politischer Stil und es hat anscheinend auch diese Gründe warum die Kandidatin nicht mehr wieder aufgestellt wurde das ist aber das Problem der FPÖ es spricht nur eine eigene Sprache Harald Wilimsky sagte auch er wird der Kandidat sein der sich für die Regierungsagenten in Brüssel einsetzt Wie stehen Sie jetzt von dieser Spitze? Es ist keine Spitze es ist einfach im krassen Widerspruch zu dem was er hier in den letzten Jahren tut wenn er für Österreich hier arbeiten würde und für die Regierung dürfte er nicht in einer Fraktion mit der Frau Le Pen, dem Herrn Salvini und dem Herrn Orbán sein und die AfD als Partner haben wollen die den Euro austritt und den Austritt aus dem Klimaschutzabkommen und den Austritt aus der Europäischen Union und die Abschaffung des Europäischen Parlaments verlangen Ich verstehe und abschließend noch ein Thema das was ich da in der Hand habe ist eigentlich meine persönliche Leidensgeschichte mit europäischen Richtlinien zum Thema Audiovisuelle Mediendienstrichtlinien Neu, da geht es um die YouTube Regulierung in Österreich hat man diese meines Erachtens nach eher schlechtes Recht umgesetzt begründet da immer wieder europäische Richtlinien an die man sich halten muss und dass es da keinen Spielraum gäbe die Deutschen haben diese Richtlinien noch gar nicht umgesetzt bauen sie jetzt schon so um dass sie auf die neue Novelle passt und wollen auch zum Beispiel dann österreichische Kanäle die in Deutschland Geld machen besteuern wie soll das funktionieren wenn man Richtlinien aufbaut die dann aber in 27 oder 28 EU-Staaten jeweils eigen interpretiert werden Richtlinien gelten für alle und sie haben einen Spielraum aber der Spielraum darf nicht genützt werden gegen die gemeinsamen Ziele und gleichzeitig sollte es auch zu keinem Golden Plating zu einem unterschiedlichen Handhaben kommen ich bin sehr froh, dass die österreichische Bundesregierung gesagt hat es gibt in Österreich kein Golden Plating mehr wenn das dann passiert wenn es hier Unterschiede gibt dann müssen wir uns das genau anschauen die Unterschiede sollten den Spielraum national möglich machen aber dürfen das gemeinsame Ganze damit nicht in Frage stellen oder unterlaufen Würden Sie sich da wünschen, dass es mehr Strafen gibt wenn Golden Plating zu einer extremen Verschiebung innerhalb des Wettbewerbs führt Ja, wenn es zu einer extremen Verschiebung kommt und zu Wettbewerbsverletzungen müsste die Europäische Kommission ohnehin ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten aber die Kohärenz muss gegeben sein wenn wir uns gemeinsame Ziele setzen sollten wir sie auch gemeinsam umsetzen Okay, dann sage ich Danke und eine letzte Frage Sie haben 30 Sekunden Was wünschen Sie sich vom Wähler oder was bieten Sie den Wählern an für diese EU-Wahl und warum soll man Sie wählen ab jetzt? Ich biete den Wählern Erfahrungen an Kompetenz, Ernsthaftigkeit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit Für mich stehen die europäischen Werte und das europäische Recht über Parteiprogrammen und so werde ich auch in der nächsten Periode arbeiten und ein erfolgreiches Österreich in einem starken Europa vertreten Herr Dr. Karras, danke für das Gespräch Dankeschön Das war es für heute Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat bitte teilt es hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal Danke Vielen Dank